hey leute was geht ab herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom ls22 ja ihr seht mich gerade woanders nämlich ich habe mir ein größeres feld gekauft genau und dann wäre ich gerade heu weil ich brauche ich wollte immer schon ein größeres feld haben das schwadere ich gerade das feld genau und dieses heu kriegen dann das heu wird gelagert und dann irgendwann würde ich das an meine rinder verfüttern weil der winter der wird hart werden glaube ich deswegen sammle ich schon mal heu ein winter vorrat also für den winter vorrat halt ne genau ich bin müde ey ich war vorhin schon wieder schon mal wieder live also hier auf dieser map war ich vorhin live also und das war echt ein cooler livestream heute also muss ich echt sagen ich weiß gar nicht wie viel heu das ergeben wird wenn ich das alles richtig alles einsammeln mit dem ladewagen und das über ob das viel wird und das wenig wird also wenig nicht aber ob das zu viel wird oder nicht oder aber keine ahnung ich habe extra ein heulager also noch heute ist sonntag montag bin ich wieder online auf der ist auf dieser map also morgen genau ja also das ist das hier ist jetzt die sechste folge das hier vom ls 22 die sechste folge ist das und also ich will so viele folgen wie möglich davon drehen es ist denn ich schaffe nicht so viele oder oder es ist denn ich habe kein geld mehr dann höre ich halt früher auf aber weil ich habe wirklich bock euch zu unterhalten mit meinen videos und ich weiß dass euch gefällt meine videos das weiß ich auf jeden fall macht es mir spaß euch zu unterhalten und irgendwann hoffentlich irgendwann kann ich damit geld verdienen aber das dauert doch immer immer weniger heu ist auch egal weil ich brauche nicht immer zu so viel also keine ahnung ob das viel wird oder wenig keine ahnung so wir können mal kurz die innensicht checken wie es drin aussieht vom trecker drinnen genau so sieht das von innen aus kennen die meisten bauern von euch schon aber ich meine das sehr wenn von euch kann einer wenn einer von euch kein trecker kennt so sieht er aus von außen so sehe ich aus und so sieht ein trecker von innen aus mit getränke halter display display die trecker die heute gebaut werden die technik die technik ist soweit vorausgeschritten das total krass was was technik angeht die technik angeht bin ich ja eh so ein freak also nein also mit videos und youtube und internet kenne ich mich aus aber ja ja auf jeden fall werde ich auf jeden fall noch weitere folgen davon drehen von diesem hof wenn euch das weiterhin so gefällt also hoffentlich dieses video wird heute bestehen aus nur heu schwadern schwadern so sieht nämlich nämlich ein schwader aus der schwadert das heu also der liegt dass der liegt das heu in reihen rein mann dich und genau ja ich würde sagen das war es heute mit meinem video von der sechsten folge vom ls 22 wenn euch diese folge gefallen hat lasst doch gerne ein like da ein abo ein kommentar und dann bis morgen also bis morgen was gut haut rein ciao